Guten Abend, liebe Zuschauer. Auch noch morgen schickt uns ein Tief bei Island mit seinen Ausläufern einige Wolken. Der Regen kommt aber nicht bis zu uns. Und schon zum Wochenende hin verstärkt sich wieder der Einfluss des Hochs Tomoka. Und mit einer südöstlichen Strömung wird es noch milder bei uns. Wir können uns also auf ein herrliches Spätherbstwochenende freuen. In dieser Nacht ist es wechselnd bewölkt, zeitweise aber auch mit größeren Auflockerungen. Zum Morgen hin bildet sich örtlich wieder Nebel. Der Wind weht nur schwach dazu bei um die 7, 6 Grad. Der Frühnebel muss sich dann wie in den vergangenen Tagen erst einmal auflösen. Bis zum Mittag wird das aber meist der Fall sein. Und dann haben wir die Chance auf etwas Sonnenschein. Vor allem in der Chemnitzer Region sowie im Bergland. Wirklich viel wird es aber auch hier nicht werden. Denn es sind immer wieder dichte Wolken unterwegs. Von der Leipziger Region bis hin zu Oberlausitz bleibt es mitunter auch längere Zeit bewölkt oder trüb. Aber pünktlich zum Wochenende hin ändert sich das. Nachdem sich der Frühnebel zum Teil wieder zögerlich aufgelöst hat, gibt es Sonne satt und milde 15 Grad. Und eine gute Nachricht habe ich zum Schluss noch für Sie. Die ruhige Hochdruckwetterlage wird sich bis weit in den November hinein halten. In diesem Sinne einen schönen Abend Ihnen. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020